Müssen wir uns die nebenstehenden Formeln merken? Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen lediglich erkennen, dass der Integrant, also die zu integrierende Funktion, ein Produkt zweier Funktionen ist und der eine Faktor die Ableitung des anderen ist. Oder, dass der Integrant aus einem Bruch besteht und der Zähler oben die Ableitung des Nenners ist. Haben wir das erkannt, dann führt immer dieselbe Substitution zum Ziel. Um das einzusehen, möchte ich Ihnen zeigen, wie ganz schnell Klausuraufgaben zum Thema Substitution konstruiert werden können. Alles, was wir dazu benötigen, ist eine Funktion und ihre Ableitung. Also, zum Beispiel g von x gleich Sinus von x² plus 2 mit ihrer Ableitung g' von x gleich 2x mal Cosinus von x² plus 2, die wir mithilfe der Kettenregel erhalten. Als nächstes wollen wir folgende Integrale lösen. In dem einen Fall liegt ein Produkt zweier Funktionen vor, wobei der eine Faktor die Ableitung g' des anderen Faktors g ist. In dem anderen Fall liegt der Quotient zweier Funktionen vor, wobei der Zähler die Ableitung g' des Nenners g ist. In beiden Fällen substituieren wir g von x. Das heißt, wir substituieren t gleich t von x gleich g von x, also gleich Sinus von x² plus 2. Als nächstes folgen wir dem immer gleichen Vorgehen bei Substitutionen. Das heißt, wir ersetzen t' von x durch das Steigungsdreieck dt geteilt durch dx, lösen nach dx auf und erhalten dx ist gleich dt geteilt durch 2x mal Cosinus von x² plus 2. Nun können wir alle Ausdrücke, die mit x zu tun haben, ersetzen durch Ausdrücke, die mit t zu tun haben. Und damit haben wir die Koordinatentransformation von der x-Welt in die t-Welt vollständig abgeschlossen und unsere Integrale nehmen in der t-Welt die folgende Gestalt an. Hierbei handelt es sich um Grundintegrale, deren Stammfunktionen sich sofort angeben lassen. Die Rücksubstitution t gleich Sinus von x² plus 2 führt schließlich auf die Lösung der ursprünglichen Integrale in der x-Welt. Und zur Lösung von Integralen vom Typ Elimination der Ableitung, Variante 1 oder 2, müssen wir uns also keine Formel merken. Vielleicht führt der eben durchgeführte Weg sogar schneller zum Ziel, als die passende Formel zu suchen, zu finden und anzuwenden.